Sie sehen geklifft aus und sind charmant, sind gut gekleidet und wortgewandt. Jeder Einzelne Einheld, das sind die klügsten Männer der Welt. Sie lächeln ins Reporter her und keine Antwort fällt ihnen schwer. Verwalten sorgsam unser Geld, die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns. Ja, sie leiden für uns. Unser Dunkel wird durch sie erhellt. Das sind die klügsten Männer der Welt. Sie wissen, wie sie wissen, wann und was man uns zumuten kann. Weil uns der Überblick auch fehlt, haben wir sie ins Amt gewählt. Manchmal machen sie sich unpopulär. Sie zu verstehen fällt uns oft schwer. Politik ist ein kompliziertes Feld, nicht für die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns. Sie entscheiden für uns. Ja, sie leiden für uns. Ja, sie leiden für uns. Unser Dunkel wird durch sie erhellt. 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 Dann lasst sie uns preisen, die klügsten Männer auf unserem Planeten.